Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Spellforce. Ich hoffe mal das klappt jetzt. Ich hoffe einfach mal 1000 Einheiten nennen, ja? Okay. Murmeln. Es hat geklappt. Ja. Es war's. Ernsthaft? Das war's? Ich dachte, ich kriege riesige Drujaden-Geister, die voll viel machen können. Gut. Dann wird das wohl nichts, als die Ritikel uns erwarten. Ja. Hier. Sofort. Dann fallen wir ein und töten aber alles, was wir finden, muss ich sagen. Ich hätte vielleicht vorher speichern sollen. Oh Gott, die machen doch ganz schön viel Schaden. Vorsicht! Sie sind hier! Ja. Okay. Das lieb anders, als ich erwartet hatte, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob die Schaden auf alles gemacht haben oder nur auf, äh, wirklich die Gegner, weil meine sind ja auch echt schnell, echt schnell gefallen, meine Leute. Aber da waren halt 1000 Explosionen und sowas. Okay, dann muss ich mal hin, mein Charakter. Das war's mit meiner Armee. Ich hätte vorher speichern sollen. Na egal, wir sind gleich im nächsten Gebiet. Wieso spawnt ihr euch nichts mehr? Weil ich hätte dann noch spawnen müssen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kann ich die für immer behalten? Bitte? Oh, du hast auch noch ein gutes Loot hier. Drei Arten sind echt super. Hallo. Einfach One-Hit. Ich glaube, ich weiß nicht, wie ich den Partner in der Massenvernichtung oder sowas. Imperiale Münze. Aber es ist ein komisches Banner habe ich nicht gefunden, oder? Oder mache ich irgendwas falsch? Ach, vielleicht hier drin, ne? Hätte ich gewusst, dass das so eine Explosion mit hätte, ich meine, den Nacken war nicht reingeschickt. Das ist cool. Es ist nur die Frage, was mit der Quest ist. Gucken wir mal. Such den Verräter. Ja, wo soll der sein? ich hoffe mal dass er nicht irgendwo versteckt ist wir waren ja überall haben alles getötet von daher kann ich jetzt gerade nichts finden was ist das wildland pass nach katt hier sehe ich auch kein verräter und sagen weiter geht's möchte ich ich frage was mit der bösen seite hier ist ob man die auch spielen kann nach gott die triaden echt gerne dauerhaft das ist auch ein super cut ziehen ist vor allem sehr interessant wer seid ihr ein bote des ordens ich muss ruhen sprechen rasch das ist leider unmöglich was ist geschehen vor einigen tagen drangen wir bis an diesen ort vor fast schien es als würden sich brennigan's truppen vor uns verstecken die wenigen male die wir auf sie trafen ließen sie uns unbehelligt wo ist ron als wir den pass erreichten griffen sie uns plötzlich mit aller wucht an wir wurden von rohen getrennt und mussten uns hierher zurückziehen wir glauben dass er weiter nach osten vorgestoßen ist dann ist er noch am leben ja davon gehen wir aus die horden der schwarzen faust können kaum etwas gegen einen zirkel magier ausrichten aber ihr solltet mit unserem anführer sprechen meister swanson wo finde ich meister swanson im dorf nördlich von hier dort haben ja und was hat es jetzt denn okay übrigens noch besser rein gemacht da habe ich irgendwo gefunden und mein skills ich weiß nicht weiter ich habe ich das was hatte nur mein anderer einmal da der krieger hat das glaube ich und wir sind jetzt wildland pass ich weiß nicht wie lange das spiel noch geht da wir jetzt roden gefunden haben denke ich mal dass wir ich glaube ich glaube ich habe mal nachgucken ich glaube wir waren so circa bei 40 prozent erst wenn überhaupt ich glaube das spiel ging recht lange mein nächster noch gerade ein bisschen ich kann nur mal einen schritt zur seite gehen es ging nur noch ein bisschen verschnuppt aber naja welcher besuche mein bescheidenen hause seid herzlich willkommen was ist euer geschäft hier näherin bin ich seidenstickerin um genau zu sein wenn auch solche art kunst in diesen rauen landen kaum gewürdigt wird hier in sky dreht sich alles nur ums überleben und kämpfen aber die leute haben ein gutes herz und nirgends werdet ihr ehrlichere und anständigere menschen finden ok danke für die information ich möchte gern hier müsst der runenkrieger des ordens sein man redet viel von euch schätze wir alle schulden euch großen dank ja was kann ich für euch tun lebt ihr schon lange hier solange ich denken kann und hier werde ich auch bleiben bis ans ende meiner tage nachdem der spinnmeister meine tochter geholt hat steht mir sowieso noch nichts mehr der sinn da ist dieser auch so gut wie jede andere eure tochter wurde entführt ja von dieser verfluchten kreatur diesem spinnenmann viele meinen er sei nur eine legende aber seit er aus dem pass herunter gestiegen ist sind auch die später eines besseren belehrt worden er war es weil die jahre unserer kinder geraubt hat verdammt soll er sein wenn ich noch die kraft hätte dann würde ich ihnen seinen eigenen bestien zum farce vorwerfen dann wäre ich habe nicht zugehört aber ich habe bequest okay ist das 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 feuer straße weil ich mittlerweile sechs stück ich glaube sie brauche ich nicht weil das wollte ich verkaufen das würde ich verkaufen das was die gemeister durch meister durch klingeln behalte ich ich mag es wenn die musik einfach so plump aufhört zack weg das vergangen zeiten das klingt cool schild und helmen halt erstmal noch weil ich glaube die sind neu oder so also die mir erst mal den mist ausdauer heiße ist nichts für mich aber für den allem hier klingt doch gut so hallo wenn man das licht mit euch wer seid ihr warum versteckt ihr euch hier mein name ist flan gondersen ich bin händler aus lihanon ihr seht furchtbar aus wer hat euch so übel zugerichtet ich war mit dem wichler war das war niemand anders nach graufurt in schiedel wurde ich plötzlich von banditen überfallen doch mir gelang es zu fliegen ok und was geschah mit euren waren meine waren kiste musste ich zurücklassen doch diese banditen werden nicht viel freude damit haben wieso nicht weshalb nicht die kiste ist mit einem raffinierten schloss versehen nur wer die drei knöpfe in der richtigen reihenfolge dreht vermag sie zu öffnen wie lautet die reihenfolge ihr beliebt zu scherzen ich bin händler für eine solche information müsst ihr mir schon etwas von vergleichbarem gegenwert geben einen malachie zum beispiel ok kann ich nicht einfach raten so reden wir so mit der hauptklass hier mit meister schwanzern was führt euch hierher eine nachricht für rohn meister satarius sendet mich mit eiligen dokumenten und einer warnung und ihr habt euch bis hierher durchgeschlagen kein schlechtes stück arbeit seit tagen marschieren die horden der faust nach westen das habe ich gemerkt wie bei aonius licht habt ihr es geschafft euch hier zu halten mit dem herzen mein freund und dem stahl zugegeben sie haben sich bislang nicht allzu viel mühe mit uns gemacht sie wissen dass wir ihnen nicht entkommen können momentan sind sie mit wichtigeren beschäftigt wo ist jetzt irgendwo auf der anderen seite ist wir können nur warten bis er wieder zurückkehrt es ist völlig unmöglich zu ihm durchzubrechen nicht völlig unmöglich ihr nehmt eure aufgabe wahrhaftig ernst falls ihr wirklich vor habt gegen die faust zu marschieren werdet ihr unsere hilfe brauchen ich nehme an ihr benötigt eines dieser monumente wenn ihr dem weg nach osten folgt werdet ihr auf eines stoßen allerdings streifen dort plänkler der faust herum schade sendet einige ritter als ablenkung nach osten das sollte mir genügend zeit verschaffen das monument zu erreichen so soll es sein gebt nachricht wenn ihr bereit seid dann sollt ihr eure ablenkung erhalten beginnt euren angriff meine männer werden brandigans plünderer angreifen und sie ablenken ihr müsst euch beeilen sichert das monument so schnell als irgend möglich ja ich meine also die können wir euch töten oder nicht so doch die hier ne los männer zum monument es sind vier leute ok 6 oder so aber ok können wir auch einfach töten leute ohne krieger zu mir leute wir haben noch keine so erst mal den aktivieren er hat gesehen es gibt 27 level das ist schlecht oder ach scheiße wie man das sagt eigentlich mal die schreibe ist was ich nicht mal kein ich habe wirklich das freigegeben ich möchte nämlich erstmal die hier rein packen das ist vier und das ist fünf ich noch mal sinnvoll was ich haben will ohne hexe die waren das ganz cool den mag ich ganz gerne der priester der gibt auch der priester ist nicht so top glaube ich aber wenn er wirklich hier ist ein kämpfer ja ich glaube ich habe erstmal so loot dann von dem würde ich sagen ich weiß echt nicht wie das mit dem loot funktioniert für den leuten ich kann ja einfach so ein random loot geben und jetzt gehe ich hier rauf nehmen wir den nicht den hier will ich haben pack den dahin und jetzt weg wenn ich das richtig verstehe ich muss noch den mist hier bauen windschütze können was es ist ich soll nicht machen was bist du heilern okay verstehe ich elfenhain mittleres haupthaus geschützt und geschützt aber ich wahrscheinlich dafür ist wahrscheinlich so sie scharf schützen das sind wir das erstmal arbeiter alles voll hauen ok da sind jetzt mal jetzt genug leute ja ich eile zum ruhen was ist euer begehung sei es ich glaube ich habe hier so für ich hierher das war ein fehler naja vorsicht gegner was ist euer begehung hier haben wir schon mal die ruhe ruft habe ich irgendwas mit dem ist was machen kann ich glaube nicht oder hier unten kann ich auch nicht hin hier müsste ich schon irgendwo hierher kommen da sieht es aus so würde ich dann gut bekommen können also ich würde mich gut aber halt irgendwas es ist mir eine ehre was ihr wollt so sei es zur stelle die ruhe meine heilige pflicht was ist euer begehung her das bauwerk ist vollendet weil die fische sind hier ja nicht was habe ich hier ich habe ein jagdhaus mit bären sammler ich habe nichts an beiden ist das so gewollt ich eile soll ich erst mit gefühl nichts dorthin die leute umbringen waffenkammer kann ich auch nicht machen also eine waffenkammer kann ich wenigstens bauen die ruhe ruft waffenkammer habe ich hier 60 holzbräder für ich gucke wie weit ich mit meiner skeletten komme der passt ja auch gleich vorbei sind alle low level ich denke mal das wird kein problem vor sich gegner wohnenkrieger zu mir vorsicht gegner und dann als gerätes tod wird ganz wir werden angegriffen hier könnten aber ich habe ja keine fische und jagt ist hier auch eher mau oder ich sehe keine türchen das ist ein hinterhalt nein das ist ein frontalangriff mein freund so hier könntest man laufen können wir bauen das möglichkeit am wichtigsten wenn ich meine heilige pflicht das ist euer begehrt dorthin und ihr baut schon mal ein kleines haupthaus hier vorne von mir aus aber der passt ein bisschen vor äh es ist schon eigentlich vorbei aber wir haben ich weiß noch wo der aktualisiert alles ja ok hatte ich sowieso vor ja können wir von hier aus nach hier ja hier können wir nach da gehen nach da gehen da können wir die spinnen wir wollten erst brauchen wir aber eine armee ja wie gesagt papp vorbei möchte überziehen bisschen weil der letzte war ein bisschen kürzer nein hier können wir leute angelaufen ich hasse es können die einfach eine armee bauen und mich in ruhe lassen mit deren mist auf mein kommando in die schlacht ich höre hier spawnt grad gar nichts bekomme ich mal bogenschützen der geht in die richtung befehlt die rune ruft dorthin ja was denn da oben hier mir nach bereit für den orden ich höre also eine waffe kann man das machen das kostet was ihr wollt zwei stings zu bauen lohnt sich glaube ich gehe ich kann das ja dass ich erst mal gut man soll das alles nämlich hingeguckt welche zauber auf jeden fall zwei stück die beschenken auslöschung 4 was das nicht erlaubt nutze ich zwar nicht aber warum nicht auf mein kommando kämpft männer hier für die freiheit was wir ein eisschild ich nicht benutzen können hier was ihr wollt die maps scheinen nicht so gut sein wie letztes gefällt mir ganz gut ich höre die ziel ist wohl das schwere kampfkonzerte auch nicht oder leider nicht schade schade das kann schon gut ist und das boden schützen ja wird können wir denn noch bauen was sinnvolles wäre so müssen keine bären das problem von hier vorhin mit bären ich weiß nicht glaube ich nicht ich habe mich darauf geachtet hier oben ist schon was oder hier oben sind bären ich hoffe die sterne dass ich nicht daran ok die bären sind schon ziemlich leer die haben noch ein bisschen was hier noch ein bisschen war es mal 160 gott dauert ich ganz schön lange und das so cool und gleich mal 26 minuten mal gucken jetzt mal wie viel ich aufgenommen habe weil ich will eigentlich nur zwei wochen erstmal aufnehmen so viele parts auf mein zeichnen und los ich weiß bevor du aktualisiert folgt mir nein vorwärts komm wir töten die hier na scheiße muss ja nicht wir töten die hier erstmal komm leuchten hier sind lustig ich hab die vorhin nicht gemacht die dunklen sind hier beziehungsweise ein komisches mond special oder sowas ok auf mein zeichen hier ja vorwärts elend schnell wie ein pfeil auf meinen befehl hatte ich nicht mehr schnell keine ahnung ok töten wir erstmal hier vorne und dann mal sehen dann haben wir glaube ich können dann erstmal vorhören allzu viel sehe ich ja nicht weil hier sind ja nur die leute hier ist ja alles frei eigentlich auf mein zeichnen auf mein zeichnen ich guck nochmal ob ich irgendwas zum looten finden sonst muss ja nach unten gehen schon wahrscheinlich das ist nur so ein kurzes level und sie sagen hey ich bin rohlen ja ne hier ist alles frei hier kann ich mich ausbreiten auf mein zeichnen gut die kiste haben wir hier können wir ausbreiten hier ist nichts interessantes also hier oben gehört dann noch holz weitermachen zur stelle es ist nicht weit meine heilige pflicht sofort heute könnt ihr hier sonst bauen hier zum jagen waren hier nicht nahrungslager warum nicht zum roma ahrens auf meinen befehl für die freiheit dazu würde ich euch nur ein von denen ja obwohl ich brauche noch einen wurfschutz machen ja kennt ihr es wenn ihr ein paar beenden wollt und einfach noch weitermacht weil ihr gerade spaß vom spiel hat ich beende ihn jetzt erstmal so leid ich hoffe ich habe ich hoffe ich habe euch unterhalten nein ich hoffe es hat euch gefallen das ist ja meine neue schnelle abrede äh bis zum nächsten mal haut rein ciao